hallo meine freunde willkommen zum zweiten fahrt von pokémon ash grey alleine aber irgendwann werden wir wieder mit joseph spielen ich grüße ganz joseph weil er mein bester freund ist weil er mein freund ist und weil wir in der gleichen schule gehen wir weiter wir haben ja gesaved was hier wieder weglaufen müssen wir den anderen weg gehen ich weiß aber nicht welchen wir haben auch keine vorgebende was nicht gut man dumme werbung ist immer die gleichen wir haben nicht mal ein anderer pokémon aber wenn man auf Feld drückt kaput mann na klar ha 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 ich hab keine Schuld Schnell! Schnell! Ich werde nicht mit dir kämpfen! Nein! Ein Taubspiel! Ich habe nicht mal ein richtiges Pokémon, was man auch finden kann, aber... Habe ich einen Pokéball? Nee! Egal, ich möchte sie nicht! Das ist ganz schön, ne! Alles klar! Oh! Und die... Doppelgasse! Das ging ja schnell! Ich mag den Pokémon, mir kein Sarad mehr. Nein, ach du heiliges! Dein Ernst? Langsam. Oh, Colipo ist der gusta! Tschüss! Hochschule, hochschule. Aber eigentlich ist es dort Charusa oder wie ihr heißt. es geht weiter los geht's ich habe ein Eis darum kann ich schlechter spielen es ist aber gut dargestellt nicht wirklich ich brauche eine Nervensäge ich habe nur einen Pokémon ich weiß wie Kämpfe gehen ich habe nur einen Blöds oh nein haha ich mache den Knopf der Knopf der Knopf den Knopf die Knopf Wirklich? Zwei Pokémon? Das ist unfair. Ich will jedoch... Tschüss! Smogon! Ja, Tile Whip. Keine Ahnung, das ist nichts. Ja, Tile Whip. Keine Ahnung, das ist nichts. Joy? Joy! Weiter geht's! Who's one Pikachu? Komm doch raus! Nein, das soll rauskommen. Nein! 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 Jetzt geht's weiter! Ich bin... Ich bin... aus Alabastia. Ich... Ketchup. Nein! Oh Mann! Ich müsste es fangen... Ich bin... Ich bin... Ich bin... ... nicht... nicht kämpfen... Ich rede weg! Tschüss! Ich bin... Ich bin... Ich bin... ... Ich bin... Ich bin... ... 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 이�... ... ... ... doch nicht wir wollen das einfach egal obwohl das sicherlich entwickeln so was sind das hier für pokémon aber ich kann nur mit einer hand spielen darum nicht so langsam ich hasse dieses pokémon obwohl seine letzte entwicklung eine mega entwicklung hat mag ich es trotzdem nicht das passt gar nicht ist ein nicht normales pokémon neben das da gibt es keine andere wahl doch nur technisch glaube ich ja jetzt fange ich es fange er wird es gut du bist ok ich hoffe die folge hat euch gefallen bis zum nächsten mal und tschaui 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 tschaui